Ja, aber ich glaube das ist ein Wrack. Also sieht danach aus. Nö, ist ein Fahrbader. VW, wo soll ich damit fahren? So sehen die Fahrbahnen aus? Ja, da hinten, also im Nordwesten, falls ihr den aussieht. Aber jetzt nicht, oder? Doch, der ist fahrbar. Ja, aber jetzt nicht fahren damit. Nein, 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 jetzt. Der ist scheiße lahm. Naja, es geht. Der kommt hier hoch. Damit können wir eine Roadtour machen. Oh, Schüsse. Wo? Nordwesten. Hin, 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 ich will kämpfen. Mami, 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 ich will kämpfen. Der Überlebeninstinkt von Krämer. Da hinten fallen Schüsse, ich muss da hin. Ja, was heißt Überlebeninstinkt? Eine Runde mit 4 Kills zu werden, ist jetzt auch nicht grad toll. Na klar. Da halte ich lieber 7 und sterb dabei. Okay. So. Oh, Moment. Oh, sieht das geil aus hier. Ah, ich komm da nicht hoch. Haha. Komm, die kriegen wir. Beine. Sind die überhaupt? Ähm, 250. 250. 250? Ja, ich kann es dir gar nicht einstellen. Schlimm. Aber der ist jetzt hinterbügel. Aber es sind mehrere Leute. Das müssen wir aufpassen. Eigentlich kommt er nicht hoch. Da, 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 da. Oh, verdammt. Yo, Alter. Äh, wo, schießen die auf uns, oder? Nein. Das ist gut. Oh, wir sind hinterher. Oh, wir sind hinterher. Oh, wir müssen hinterher. Ah, am Auto. Am Auto. Da oben sind sie wieder. Ja, das sieht dich ziemlich so, wie du außen da rumrennst. Ah, ich seh noch welche 320. Äh, grad 320. Alter, die Zone ist krank. Ich bin jetzt auf ein paar Nachzügler. Komm nach. Ich bin jetzt durch die Häuser ein bisschen Deckung zu suchen. Ja, ich hab den getroffen. Das denkst du und auf einmal fängst du ein Headshot. Hab ich gerade auch gedacht. Ah, du Scheiße. Die Typen von oben sehen uns noch. Alter. Was eigentlich ist das? Ah, fuck. Da renn er sich hin. Ah, fuck. Ah, fuck die Zone. Ich bin nicht drin in der Zone. Ah, f*** ich doch. Ich auch nicht. Muss nachkommen. Die werden noch verhecken, die Opfer laufen. Ich hab einen ausgenommen. Zwei Tote. Fuck. Nein, 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 nein. Nein. Ich bin runtergefallen, Leute. Ich bin tot. Ich komm nicht mehr. Fuck. Ich versuch so nah an den Bergrand zu kommen, dass die den Winkel nicht mehr treffen. Ich bin bei der Kiste. Ja, super. Ich hab mich für das Team geopfert. Mann, das ist so kacke. Wieso kann ich jetzt bei das Geil mit Rotpunkt einfach nicht die Entfernung einstellen? Side outside the Play Zone. RIP. Nein, wo ist die Kiste? Scheiß auf die Kiste. Ah. Nein, ich bin ein Geiler. Ich brauch die Kiste. Bisschen Bergstürme. Aua. Pass auf Krweber irgendwo hat mir da gleich einer gesehen, von unten. AAM! Ja, hört sie, hört sie. OHH! Weißt eh nicht, den club ist. Oh-oh-oh-oh-oh-oh, das ist halt okay! Einfach hoch! Schön! Daul! Schlecht von ihm, war schön von dir. So aber ein paar haben auch von unten geschossen. Wie kann man so eine Zone aus so einem fucking Berg setzen? Halen und dann hoch oder so. Nein du musst hoch, du brauchst viel zu lange nach Stimmbecken! Blöder Berg, du musst nicht hoch. Du brauchst zu lang sein. Wenn du noch zu mir kommst, ich hab doch die Sanitasche, ne? Nee, das ist das Problem. Ja, es ist egal, du musst hoch, du schaust es sonst nicht. Der Aufstieg dauert zu lange. Du kannst da gleich ein Stück hochklettern. Warte, war ich schon weiter oben? Ja, ich war schon weiter oben. Äh, okay. Ist das jetzt scheiße? Lauf quasi die Steigung schräg lang. Schräg muss das gehen. Geht nicht. Du hast keine Chance mehr. Dann läuft jetzt da rum und in die Zone wieder reinlaufen. Nee, guck mal, ich schlafe hier. Schade. Oh, schlafe das, schlafe das. Oh nein, 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 nein. Ich bin wieder. Das gibt's so. Oh, da war einer. Ja, du wirst nur so weiter sagen, schon. Immerhin hab ich kein Geh gegeben, ne? Okay, Jungs. Ich bin jetzt weg, ne? Okay. Okay, ciao. Oh, ist das bitter. Ciao. Das ist schon mal passiert, ey. Dann wird er da hinfliegen. Und wir alle anderen fliegen weiter. Ja, dann lassen wir alle denselben Marker setzen, bei Rot. Ja. Dann wird er da hinfliegen und wir steigen nicht ausgehen, aber Campo Militär. Mal gucken. Mal sehen, ob jetzt rausgeht. Was Pisser. Ja. Ja. Und jetzt alle den Marker ändern. Wieso Marker ändern? Wir können doch jetzt einfach... Oh, wieso raus? Wir müssen schnell runter, wir müssen schnell runter. Andere Teams auch. Nee, dass du da auf Carlo. Ja, nicht unbedingt. Kommt eigentlich nur unser Kollege zu uns? Der läuft gar nicht nur so... Er läuft oder fährt gerade in unsere Richtung. Ja. Ja, er kommt. Ja, ich glaube, der fährt. Oder so schnell. Und? Mann. Nee, er läuft gerade. Äh, er läuft. Der doch erfährt, der Mann. Wusstest du doch. Denkt dran, die läuft aber noch der Typ. Schau da einfach unten. Die Teamleiste. Ah ja, da unten links. Ja, das war sonst immer rechts. Aber der ist ja so, ob er solche tötet. Äh, er wird beschossen. Er wurde gerade beschossen. Ja, ich seh an. Ja, ich seh ihn. Was ist der Hinweis? Auch. Er ist bei den... Türmen oder? Ja, er hat es. Wollen. Ähm. Hab ihm eine Head gegeben? Zweite Head. In welcher Richtung ist der? Ja, ich muss... ... Nord... äh... ...sicht in Süd... ...wär... ...240. da irgendwo was beschreiben wurde ist und aus der komplett anderen richtung bei euch müsste den typen eigentlich jetzt entgegen laufen als die die sehen ich sehe ich habe ihn ausgenockt mit feuer warte 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 nur ausgenockt er ist getötet fast auf der ist nur ausgenockt gewesen aber ich habe ihn ausgenockt mit dem monitor fast du ihn dann nicht gefilmt ich mache ich weiß nicht ob ich ihn getroffen habe und nein der oben steht auch dass du ihn getötet hast ja getötet habe ich ihn aber ich kann mit der akka nicht spielen ja gehen was hast du irgendetwas war ausgenockt sofort wer war das jetzt mit dem schuss okay danke ach nee er hat ihn gefinisht er warte lass mir mal kurz den loot was den typen waren am leben ja ich hab mit dem ding jetzt noch ein bisschen was was jemand was davon braucht es ist so schön von der seite mit der armbus holen können äh mit dem monitor ist äh epischer äh noch nicht angeschlossen äh was hab ich gemacht nein ich brauch irgendwas mal kurz mal kurz ja ich brauch auch ein paar sachen so ich hab generell das diesen bolsthet aus also deswegen möchte ich nicht von wo keine ahnung kannst du sagen von wo sehen von mir aus südosten an der mauer an der kleinen am zaun oder was bist du safe ja nee nicht an der zaun an der mauer was ist für dich eine mauer da hinten ja ich seh ich seh ich seh ich seh ich seh ich seh ich ist quasi genauso wie du nur ein paar und bin er ist tot der mädt ist hier mädt ist hier mädt ist hier mädt ist hier alter das war krass hey wir haben fight gewonnen alter das war ja schon richtig riskiert von mir können wir jetzt einen 4sitzer oder so suchen weil oder ein motorrad 3sitzer da brauchen wir eh nicht juhu das sind halt da ich hab keine ahnung als ich hab eine ahnung was du willst Prozent die typen von der das sind die auch ich hab dir nicht erlaubt das zu nehmen was war denn was war das ist passiert mein Loot der Gitarwachsener nimmt sich die Sachen hallo Genial ganz ehrlich das geht nicht das finde ich auch nicht also das war die einzige das war die einzig richtige Entscheidung Leute hier liegt eine Windows 94 jetzt hier ist Wind 94 kann nicht Mexiko sein hier sind 90 km h hier sogar am Schild 90 km h du kannst nicht Mexiko sein ich nehme lieber die Straße ist zwar ein bisschen abseits jetzt ja guck nur ein bisschen auf mein Leben ne ich hab wesentlich weniger als du ja ich versuch aber kann ich irgendwie und an Heilmittel habe ich nichts mehr ich bin immer noch geil mit einem Molotow Cocktail erwischt ja das ist ja nicht schön war schon ein Idioter Spieler zwei von denen man zwei von denen war ich die schlechte eine der Mario ausgenockt hat der hat gut getroffen ey guck mal Mario guck mal hm diese was jemand noch einen Griff übrig hat den er nicht braucht ne ich hab nur einen mit dem Lund so mal gesagt was jemand einen Griff übrig hat den er nicht braucht ah ah tu das gut warte warte ich muss mich so hinstellen dass du mal das dass man das Rohr nicht sieht hat jetzt jemand Pantaschen gefunden? ne ne Pantaschen hatte man eigentlich nicht so siehts gut aus warte 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 bleibt er so stehen naja ne Piesel 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 ne das reicht schon so wie ich bin so wie ich grad gucke ist das auch geil das müsste ich eigentlich als Thumbnail machen und ich pisse auf die Gegner und auf meine Mates und auf meine Mates Mario kannst du dich mal bitte da runter legen ich geh dir ins Gesicht ey immer noch ich hab viel getrunken doch die werden mich eh nicht hören deswegen hast du Scheide einfach? ja kann ich den haben? nein oh ein Vierer Team also ich hab ein Vierer Versorgung ich könnte so auf die beiden anderen die sind zu weit weg ich würde nicht alle erwischen wahrscheinlich würde ich nur einen ausnoten also vollkommen wasted aber vor uns ne es sind Leute und wir müssen weiter richten aber Leute vor uns höre ich also über den Hügel rüber erstens Chris ich hab ein Schalter auf eine SKS plus Vierfachzug also wieso sollte ich ihn dir geben? weil ich eine K98 hab ne vor uns sind Leute aufpassen über den Hügel rüber hundertprozentig? weil ne gut die Schüsse sind sehr nah ok ein Kaktus oh ok ich seh sie sie sind weiter Richtung Westen ach du Kacke ja dachte ich mir auch oh Gott da sind noch ein Team glaube ich also irgendwie ist das ein Team sie sind weit auseinander ja die rennen beide aufeinander zu quasi könnten wir ein bisschen könntet ihr vielleicht ein bisschen zu mir kommen? die Kämpfer auch hat und gegeneinander 2 4 das Problem ist im Interesse zu gehen dahinter ist noch eins ja ignorieren die sollen ihn miteinander ballern wir müssen jetzt erstmal schon dass wir in die Zone kommen und da können wir vielleicht uns um die kümmern bis mit ein bisschen Spaß haben ich habe nämlich richtig Bock auf Spaß ja und so noch probieren nein nein, 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 nein das bin ich ja war war ja, der weg hat sich mal zu fuck der ist tot der ist tot der ist tot ok ich ich deck ihn halt du ihn ok ok andersrum ich investigiere gerade die Situation und schau ob der was nettes dabei hat für mich musst du auf die schießen? ja auch wenn sie dich nicht hören sehen sie uns ich laufe durch äh die haben wir uns gesehen wollt ihr nicht durchlaufen? hab einer getötet lieber sehr schön direkt getötet? ja ja oder gesteilt das sind zwei, nee, direkt getötet ah gut aber ich meine dass der nicht lag sondern da hockte aber es waren zwei Teams die gegeneinander geschossen haben wir so ich finde unsere Position ist jetzt deutlich besser als beim letzten Spiel das muss nichts heißen vor allem was da jetzt abgeht dialed out set the place on vier leute oh ja oh, spiel davon headshot noch wieso lebt der noch? ich hab den auch getroffen der hat ne level 3 beste wahrscheinlich fünf nur noch ah der kommt aber jetzt nur noch pass auf der pusht pass echt auf chris ne der pusht dich gib dir ein bisschen backup Achtung einer ist, oh Gott einer ist beim gebäude aber bei dem haus ist jetzt einer dran ah, hätte es sein können dass das klappt ey das ist nur noch einer hallo wir sind drei leute der ist im haus hinten wo? äh 285 alter ähm also wir kommen mal grad ihn besuchen, ja? na Moment, lass uns mal schön von allen seiten lass ihn erst spotten ja bevor wir da irgendwas unüberlegt haben er war vor uns in diesem häuserkomplex da warte ich versuche es erstmal ey drund man ist er, ist er, ist er ist er ja, hab ich gedacht, wir sind im vorderen hausen, Alter dich hier im vorderen ja, ach Mann äh nein ey die neue map hätte ich mal gewonnen er hat schon jetzt einmal im solo gewonnen und einmal im squad gewonnen ja nur noch ein duo gewinnen oh, mit eins packen wir noch bevor ich essen muss also da steht zwar 5 Kills, aber eigentlich hatte ich 6 achja, äh, hier, mach mal hier den Typen aus ja, ja user was moved to your channel äh, jetzt musst du nur noch damit aktivieren hä? der Quoten-Niederländer ist da dachte, jetzt haben wir den Quoten-Schwarzen, verdammt nein, er sieht aus wie, äh, man kann so sagen so, so in die Richtung Türke vielleicht aber nein, er ist einfach Niederländer der ist kein normaler Türke der ist auch hier wie heißt es nochmal, äh türk, aber cool äh, was? ja, hier, die, 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 die Leute, die von den Türken gedisst werden ähm Omo, mach mal dein Mikro an und dann hilft mir was brauchst du nochmal? so ein Wort äh, ja, die, 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 die Türken, also diese, die, die, die Türken, die von den anderen Türken gedisst werden wegen der Religion, äh Moslem nein, nicht Moslem, die Türken sind ja Moslems ach, äh, Kurde Kurde, genau, er ist ein Kurde ach, okay ach, ach, als ob Kurde, sei also wenn ich das verstanden bin, ist der Kurde das ist, weißt du aber, aber Niederländer Kur, Kuristan ist wie, 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 wie schwarze Humor hat keine Grenzen User disconnected from your community das ist sicher, scheiße, ich hab's verpasst ich hab dir jetzt auch ja, ich hab dir noch mal was habt ihr grad über Kurde gesagt? was habt ihr grad gesagt? ich bin dein Schlingel, alter ich muss meinen Namen grad ändern so so genau, ich bin der Kurden-Holländer mit kurdische Migration vor deinem Hintergrund so Alter, wie lange installiert er den Scheiß jetzt noch? ey, das klappt bei mir endlich, ne, die Scheiße, hier wie heißt das? PUBG ja endlich ohne Probleme oh herrlich so du ganz ohne Probleme wo wie wo 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 Bis zum nächsten Mal.